Aufstehen, Puppe! Aufstehen, Puppe! Komm! Aufstehen! Ich bin Niklaus Hess. Ich bin Cyril Rausch. Ich bin Simon Rausch. Ich bin Thomas Hegner. Und wir sind jetzt auf unserer zweiten... Schweizreise! Musik Wo geh ich jetzt hin? Hoi! Jetzt gehen wir zu Darlip Wiesmer und nach dem Nachmittag gehen wir zum Leuenberger in Ure. Hey! Hey! Jetzt haben wir gesagt, du bist schwanger, oder? Hey! 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 Wir haben noch ein drisses Gastgang geschenkt. Trinkt man den jetzt? Nein! Mal ausgerissen! Thomas, wieso ist schon noch kein Bier? Die anderen zwei neben dir schon? Ja! Mit meinen erfahrenen 25 Jahren muss ich halt manchmal auch sagen, ich weiss, wo meine Grenzen sind. Hast du ja auch? Mann, es freut mich zu verdanken. Oh! 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 Wir gehen jetzt gehen Kühe holen. Ich liebe den Teil vom Tag, wo wir einfach die Kühe raus tun oder holen, vor allem, wenn es das erste Mal im Jahr ist. Hallo! 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 Achtung, die Beissen! Beisst der Hund, oder? Ach, ich bin ich. Nein, Fäden nur. Frisst die Kacem Eis? Die Scheiße. Du denkst? Wie geht es? Pauli, komm! Komm, Pauli, komm! Komm, Pauli! Komm! Das ist ja bei mir! Kann ich inzwischen verboten? Können wir ins Wunsch? Ja. Jetzt können wir inzwischen verboten. Ja. Hallo! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin frei. Hey, danke für ein Mal. Hey, danke viel. Es ist sehr gut. Wir brauchen das. Wir sind so ein Lied. Wir sind so ein Lied. Wir sind so ein Lied. Und wie war es? Super. Es war cool. Sehr lustig. Gemütlich. Super Musik machen sie. Ich wünsche sie noch etwas länger bleiben. Völlig los de lös von der Erde. Schmeckt das Raumschiff völlig schwere Luft. Thomas, fass doch mal zusammen, wie Niklas aufgefahren ist. Wir müssen sagen, Niklas ist seit über 20 Jahren im Formal 1 Rampiloten. Das hat uns gespüren lassen. Die Strassenverhältnisse sind nicht optimal. Das hat man auch gemerkt. Aber er ist wirklich super gefahren. Unser Kameramann wurde schlecht. Cyril wurde schlecht. Simi wurde schlecht. Mir wurde schlecht. Aber wir kämpfen jetzt gegen die Schlechtigkeit an. Was machen wir jetzt? Stoff und Alp. Stoff und Alp sind wir jetzt. Stoff und Alp. 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 Was würdet ihr den vier Herren mitgeben, auf die Reise und auch auf die Zukunft, in der Volksmusik? dass sie die Freude behalten, die Freude der Musik, die Freude im zusammen sein. Sie sind mega coole Typen. Ich hoffe, dass sie das noch lange pflegen können und auch weiterzugeben. Es ist ein sehr grosses... Ich glaube, sie sind für die Jungen ein sehr grosses Wahrzeichen, dass sie die Freude auch so vermitteln können und dass das sicher so weitergeht. Ich merke, dass ihr euch die Grösste kommt. Ich sage wenig, dass wir die Ex-Räder heute aufgeben. Das haben wir am Reden zu verdanken. Für das organisiertes. Okay. Ja, bitte, bitte. Was erwartet uns jetzt oben? Ja, ich hoffe, einen lockeren, coolen Abend mit denen hier alle und mit den Leuten. Ich hoffe, dass sie noch etwas helfen, Musik zu machen. Damit es etwas spät wird. Ja, lockere Stimmung. Und dann noch viermal. Mild davon. Wir haben uns auch am schönsten. Nein. Nein. Wie ein Zuhörer. Nicht. Ein bisschen blauer, von einem Spiegel. Es ist sicher sehr warm. Es ist sehr warm. Sicher sehr warm. Es ist sehr warm. So viele Tänzer, die können tanzen. Und jetzt freuen wir uns auf die schönen Stuben, wo alle ein bisschen Musik werden, wenn ich sage, ein bisschen Supermusikanten werden. Sie sind der grösste Fan, Laura? Ah, sie sind die beste. Best thing about them? Okay, so the best thing is, that they are four different and very talented Musikants. Every of them, they can touch people in their way. I think this is how they get me. With the energy, with the attitude, and to show me the tradition. Also in a very modern way. So, really good luck to them. And they are in my heart. Thank you, Laura. Eigentlich, dass ich mich hier erlebe, da musst du dabei sein, dass du weisst, wie die Leute es kommen. Das ist nicht gleich, wie wenn es am Fernseher ausschlafen. Am Morgen gehen wir bei... Ja, Ausschlafen gehen wir auch nicht gross. Am Morgen gehen wir zum Morg-Chance, der sitzt auch drin. Ja, ist auch drin. Der ist auch drin. Der ist im Welschen. Nachher am Abend gehen wir uns abbezahlen raus. Dann kommen wir zu den Gartenhöcken. Dann gibt es sicher auch einen schönen, gemütlichen Tag und sicher auch einen schönen, lustigen Abend mit dir. Mit Nacht? Ja, ich weiss schon. 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 Vielen Dank.